Das hier zur Miete angebotene ca. 120 m² Büro befindet sich in Friedberg. Beheizt wird das Objekt über eine Gaszentralheizung. Das Büro verfügt über eine eingebaute Küche und antistatischen Teppichboden. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 800 Euro. Die Nebenkosten belaufen sich auf monatlich 250 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017